Warum wollen Sie mit diesen Händen Klavier spielen? Ich hab keine Ahnung. Bring sie sie raus. Wir sollten der Selbstaufgabe entgegenwirken. Jennys Biografie hat viele Interferenzen. Interferenzen gibt er nicht so an. Wie hat da draußen jemanden regelmäßig abgeschlachtet? Ich halte sie für niederträchtig, das sollten sie wissen, aber... Ja, meine Gabi. Die ist jetzt neben Ihnen und spielt Beethoven. Ja, sie ist begabt. Da sehen Sie, wie begabt die ist. So, jetzt sind Sie dran. Kann man auch Stipendien eintragen? Gerne. Mehrere? Alle. Ich bin Meisterschülerin. Ruhige eintragen. Und Stipendatin auch? Sind Sie auch Stipendaten? Nee, ich bin Mörderin. Kommen Sie es rein.